Der Freistaat Bayern muss familienfreundlicher werden. Das haben die Freien Wähler auf ihrer Winterklausurtagung in Neuburg an der Donau gefordert. Beim Besuch des Kindergartens Heinrichsheim unterstrichen die Abgeordneten ihre Forderung nach einer kostenfreien Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Kindergarten. Eva Gottstein. Wir Freien Wähler fordern jetzt schon seit einiger Zeit ganz bewusst den Paradigmenwechsel in der Bezahlung von frühkindlicher Bildung. Auch frühkindliche Bildung ist Bildung wie schulische Bildung. Bildung ist Aufgabe des Staates und es ist nicht einzusehen, warum eben dann diese frühkindliche Bildung von den Eltern finanziert werden soll. Das verlangt kein Mensch bei den Schulkindern und diesen Weg wollen wir jetzt einfordern. Gerade während der Randzeiten müssten die Betreuungsangebote in Bayern künftig deutlich ausgebaut werden. Über eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Frauen in Führungspositionen informierten sich die Abgeordneten auch bei der Besichtigung der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Nach wie vor werde das Potenzial von Frauen zu wenig genutzt, sagte Gottstein, die auch frauenpolitische Sprecherin der Fraktion ist. Es gibt entsprechende Studien, die ganz deutlich sagen, wenn ein Konzern Frauen in Führungspositionen hat, dann macht der Konzern mehr Gewinn. Gut, auf dem denke ich, ist es ganz klar der Anspruch auch in der Politik, in anderen Bereichen der Gesellschaft, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen. Das könne mit freiwilligen Zielvorgaben erreicht werden. Qualifizierte Frauen zu fördern ist auch Teil der Personalstrategie des Automobilkonzerns Audi. Im Rahmen ihrer Klausurtagung verschafften sich die Abgeordneten dort ein Bild über die Mobilität der Zukunft. Im Fokus stand die Modellreihe Getron, ein mit Erdgas betriebenes Auto. Das Gas produziert Audi in eigenen Anlagen aus Biomasse, Ökostrom und Wasser. Ein vielversprechender Ansatz findet auch Thorsten Glauber, der energiepolitische Fraktionssprecher. Für uns als Freie Wähler ist es immer entscheidend, dass wir auch in Zukunft alle Mobilität regenerativ bestreiten können. Und da ist das System durch Windgas sicher ein sehr attraktives, sehr interessantes, denn ich kann nach wie vor den doch starken Verbrennungsmotor, den kraftvollen Verbrennungsmotor auch bei schweren Fahrzeugen benutzen, was auch zum Beispiel das Fahren für Busse, das Fahren für LKWs attraktiv macht, also nicht nur die Mobilität im BKW. Solche Technologien seien die Zukunft der Branche und sollten das Aushängeschild des Industrie- und Forschungsstandort des Deutschlands sein, so Glauber. Den Freistaat zukunftsfähig gestalten, das haben sich die Freien Wähler auch 2018 auf die Fahnen geschrieben. Der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger betonte, dass die von der Staatsregierung ausgelösten Fehlentwicklungen dringend korrigiert werden müssen. Wir sehen, dass in Bayern sehr viele Baustellen abzuarbeiten sind. Wir Freien Wähler greifen diese Themen auf. Beispielsweise aktuell Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist uns äußerst wichtig, weil wir erkennen, dass hier viele Bürger verunsichert sind, dass sie abkassiert werden, wenn die Straßen saniert werden, dass keiner weiß, wie geht es genau hier weiter. Das muss sich ändern. Auch im Bereich des Hochwasserschutzes fordern die Freien Wähler einen Kurswechsel. Denn in der Region sollen an der Donau mehrere große Flutpolder entstehen. Statt überdimensionierte Einzelprojekte brauche der Freistaat ein dezentrales Schutzkonzept, etwa durch zusätzliche Rückhaltebecken an den Seitenarmen der Flüsse. Unsere Überzeugung ist, es ist besser dezentral vor Ort Hochwasserschutzmaßnahmen zu errichten, quasi den Kommunen Geld zu geben dafür, dass sie Wasserrückhaltebecken und dergleichen errichten, anstatt zu sagen, wir lassen das Wasser von ganz Bayern zusammenkommen und machen dann fünf oder zehn riesenhafte Becken, wo wir dieses Wasser abpuffern. Das muss in der Fläche passieren, ist sehr viel sinnhafter als dieser Größenwahn. Vom richtigen Umgang mit Zukunftsthemen hänge wesentlich ab, ob der Freistaat sich auch künftig gut entwickeln wird, sagte Aiwanger. Fazit, die Freien Wähler haben die richtigen Ideen, um Bayern weiter voranzubringen und so in allen Teilen des Freistaats für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen.